Willkommen zur Moni's magischen Adventszeit und Türchen Nummer 11. Ich stehe jetzt hier auf der Main Street vor dem Market House Deli. Und auch Floras Boutique und der Friseur haben eine Verbindung miteinander. Was genau das zeige ich euch drinnen. Hier im Market House Deli nehmt ihr einfach den Hörer ab und guckt mal was sie zu sagen haben. Also in meinem Fall hört man leider gar nichts, aber das Schild hier bestätigt, dass man da was klauen kann. Im Floras Boutique direkt am Anfang der Main Street findet ihr das zweite Telefon. Ich würde gern was hören, aber tatsächlich sind die gerade defekt. Wir haben auch nachgefragt. Sie haben es den Managern gesagt vor zwei Tagen, aber es funktioniert immer noch nicht. Ein bisschen typisch Dessent Paris, aber vielleicht beim nächsten Mal. Also wenn ihr hier seid, probiert auch mal hier dieses Telefon. Und hier im Friseursalon des Deppa Dance Haircut findet ihr das dritte Telefon. Da es gerade geschlossen hat, kann ich nicht nachschauen, ob es wenigstens hier funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020